Starke Traktoren aus Magdoberdorf. In der bald 100-jährigen Unternehmensgeschichte hat sich Fendt zu einem weltweit anerkannten Landmaschinen- und vor allem Traktorenproduzenten entwickelt. Am Rande des Betriebsgeländes des Lohnunternehmens Reif in Luxemburg ist die weltweit größte Fendt Oldtimer Traktorensammlung untergebracht. Josie Reif hat mit großer Leidenschaft diese Sammlung aus mehr als 200 Fendt Traktoren zusammengetragen. Dieser Dokumentarfilm wirft einen Blick auf diese einmalige Kollektion und damit auch auf die Anfangszeit von Fendt. Viele Einzelstücke und Prototypen aus den Baujahren 1928 bis 1958 wurden für die Dreharbeiten in Betrieb genommen und viele Feld- und Waldarbeiten der damaligen Zeit originalgetreu nachgestellt. Der erste Abschnitt einer mehrteiligen Videoreihe ist ab sofort auf DVD im Handel und als 4K-Videostream auf farmworld.tv erhältlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020